Mein Name ist Wolfgang, ich komme aus Deutschland in der Nähe von Koblenz und bleibe 13 Tage hier. Das Gute war, die Apartments sind sehr schön, gut ausgestattet, Lage ist gut, ruhig gelegen nahe zum Strand und man kann Ausflüge machen. Das Wetter ist gut, man kann viele Ausflüge machen und der Strand ist gut und deswegen kommen wir hier an Mischung von Erholung und anschauen das, was ich gerade sagte, also so eine Mischung aus Sightseeing und Erholung und Strand mit Kindern, Swingpool, Meer, Aufenthalt. Wir sind jetzt das zweite Mal hier und das gefällt uns nach wie vor sehr gut und wir können empfehlen, dass man also wiederkommt, um einen schönen Urlaub zu verbringen. Ich werde wieder ins Wetter Hotels kommen.